Ich darf euch zum nächsten Vortrag begrüßen, zu meiner Person. Mein Name ist Manfred Wörl, ich bin seit vielen, vielen Jahren in der IT-Security unterwegs. Und ich habe da eine andere Darstellung des Lebens einmal dargestellt, nicht kartografisch, sondern in einer XY-Schiene über die Zeit. Wir begonnen das Ganze aus der Netzwerktechnik. Wir waren die allerersten an der Experimentalphysik, die im Internet waren. Wir hatten eine direkte X25-Verbindung nach Genf und von dort in die USA. Diese Begriffe kennt man heutzutage gar nicht mehr, DATXP oder X25. Und ja, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und dieses Wissen sozusagen habe ich im nächsten Schritt, nachdem ich als Assistent von der Physik weggegangen bin, in die erste HTL hinüber mitgenommen, in die Spengergasse. Dort haben wir dann eine Anbindung, auch über DATXP, an die Experimentalphysik gehabt. Wir waren also die erste HTL im Internet, wo immer die große Diskussion im TGM war, wer war zuerst dran und wer war nachher dran. Aber das war nur die Einleitung des Ganzen. Begonnen hat es immer mit Security, das ganze Thema. Und natürlich neue Begriffe, das war das Wichtigste, immer an vorderster Front dabei zu sein. Der erste Vortrag über die damals noch ADV, Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung, zu dem man klaut. Die allerersten Themenbereiche ins Begriffe hinein, die noch niemand kennt oder gekannt hat vor vier Jahren. Das war immer sehr frustrierend, weil da gab es etwas Neues, was auch da hinten läuft, das heißt Digital Signage. Jeder ITler sagt, ah, das kenne ich, das heißt digitale Signatur. Das heißt, die Begriffsbildung ist bis heute noch nicht wirklich durchgedrungen und geht eher ins Marketing. Also da geht es darum, eine neue Art der Informationsverteilung zu machen. Ganz völlig neu, wenn man das wirklich durchdenkt, ist das völlig eine andere Art, zur Information zu kommen. Weil nämlich da der Weg, den wir vorhin gesehen haben, über Webshop, da hinein, Suchmaschinen, dort, geht es hier wirklich vom Erzeuger der Information zum Point of Sales, zum Endkunden. Direkt durch. Aber das ist ein philosophisches Problem, da rede ich halt nicht weiter. Das ist nicht das Thema. Und das Ganze führt natürlich dann im Sicherheitsbereich weiter zu etwas, was jeder kennt, Datenglauben. Panama ist überall. Das heißt, wir müssen bei allen Aktivitäten im Netz immer mehr aufpassen, weil die, die uns lästig kommen wollen, immer mehr und bessere Ideen haben. Bei einem Vortrag habe ich einmal den Begriff geprägt, wir haben Industrie 4.0, wir haben jetzt schon den Hacker 4.0. Hat einer aufgezeigt, bitte, der heißt Hacker 5.0, weil der ist uns immer voraus. Also das ist ein Thema, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht in dem Ding aufsitzen, und da schreit das Webshop nahezu danach, dass man etwas tut, was man nicht tun sollte. Man weiß heutzutage bei E-Mails, dass man aufpassen muss, aber beim Webshop so richtig ist das Bewusstsein noch nicht dort, dass dort andere Gefahren drohen, die ich hier ein bisschen andeuten möchte. Also darum geht es eigentlich in meinem Vortrag. Und ein weiterer Punkt, den ich noch betonen will, nachdem also mein Herz jetzt an der Digital Society hängt und ich da ein Potenzial sehe, nämlich das Bewusstsein zu bilden, wie muss sich ein Benutzer verhalten in Zukunft, wo sind die Risiken und wo kann ich eingreifen und nicht nachher aufräumen. Sehr oft wird man geholt, wenn schon etwas passiert ist. Besser ist, man macht vorher nichts falsch. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum haben wir diese Probleme überhaupt, jetzt gerade im Internetbereich? Ich behaupte, wir sind jetzt in einer Goldgräberstimmung auf der anderen Seite und wir sind Sklaven in dem Bereich. Wir haben ein neues Clown-Bike. Was war damals so interessant? Erstens, jeder hat versucht, sein Claim abzustecken. Wie viele zigtausend Webshops gibt es heute? Wie viele werden übrig bleiben? Und jeder versucht, sein Claim abzustecken mit Tricks und Methoden, um den Kunden zu fangen und zu überleben. Und jetzt kommt natürlich, wie bei allen diesen Bereichen, erst einmal ein Geschäft machen, später reden wir über Security. Zum Beispiel Internet of Things, dasselbe. Kommt gleich nachher auch im Shopping-Bereich Internet of Things. Das Thema, heutzutage, wenn ich frage, einen IoT-Entwickler, wie schaut es mit der Security aus, geht mir nichts an, das macht die IT. Aber vom Design her sind es unwahrscheinlich viele Dinge in der Welt, die gerade schwer grob fahrlässig unsecure designt werden. Wir haben 20 Milliarden Devices derzeit adressierbar auf der Welt. Und davon ein Bruchteil sicher designt. Also ganz ein heikler Punkt in der Richtung. Und da werden wir uns auch mit der Digital Society hinein, verstärkt hineinbegeben. Seit 14 Tagen bin ich bei der Arbeitsgruppe 27, bei der Austrian Standards, ehemalige ÖNORM, dabei, wo es auch bereits einen Standardentwurf international über IoT und Security gibt. Später dazu mehr, heute nicht mehr, auch in diesem Verein, weil das weiß eigentlich niemand in Österreich, dass da was läuft. Aber da gibt es bis jetzt nur Drafts. Aber es geschieht was. Das heißt, wenn jetzt sozusagen der Schutz nicht ganz funktioniert von außen, muss ich mich selber schützen. Das heißt, richtig verhalten, damit also gerade im Webshop, wenn ich nicht in offene Messer hineinlaufe. Denn der nächste Punkt, Gesetzesgebung, die sind immer fünf Generationen hinten nach. Das ist einfach so. Haben wir ganz kurz gehört, die Unsicherheit ist gegeben, weil eben die nicht nachkommen kann. Naja, das heißt, wir gehen die alte Geschichte an, schütze dich selbst. Wo ist das größte Problem eigentlich in Wahrheit? Und da war ein ganz kleiner Begriff, den ich übergangen habe, absichtlich auf der zweiten Folie, nämlich BCM. Business Continuity Management. Im Prinzip sollte privat und der Firma alles so laufen, dass man seinen Betrieb oder sein Ich oder sein Privatleben kontinuierlich ohne Abstürze überlebt. Da gibt es hunderttausend Dinge und eines dazu ist die Privatsphäre. Da gibt es also viele Bereiche in dem Dingen-Themen-Bereich und vor allem das Schlagwort Awareness. Das ist eines der wichtigsten Punkte von heute. Ich möchte ein bisschen in dieser Runde die Awareness steigern. Das Bewusstsein, dass man bevor man etwas eingibt oder mit dem Finger drauf klickt, eher sich zurückzieht. Und wir haben das vorhin gehört, wenn sie so Ali Quest oder Ali Baba 40 Räuber auflauern, weil sie alle Informationen wollen, bevor ich sie hineingebe, lieber auf das andere Shop wechseln oder das eben gerade nicht tun. Die Zitate, die man heutzutage leider immer wieder findet, meine Daten interessieren niemanden. Ja, da wird man schon ganz grubelig, wenn man das hört. Richtig, die Daten sind vorerst einmal gar nicht das Hauptziel, sondern allein der Rechner, den zu übernehmen, ist einmal ein Ziel, um eine DDoS-Attacke zu fahren. Da fängt es einmal an. Dass man natürlich mit geklauten Daten bis zum Identitätsdiebstahl gehen kann, das Punkt wäre kurz beispielsweise, das ist natürlich schlimm. Das heißt, das kann jemand sich für Sie ausgeben, das sehen wir schon im Zusammenhang zum Shop, in Ihrem Namen einkaufen. Und jetzt kommt natürlich die Rechtsfrage. Was passiert dann? Und jetzt ist die Nachweispflicht, die Beweisbarkeit, die Glaubwürdigkeit. Wieder ein Beispiel aus der Praxis. Jemand hat von uns ein Gutachten verlangt, eine Spendenaktion hat ihn ausgetrickst. Er hat 10 Euro gespendet und wir haben ihm 50 abgebucht. So etwas gibt es. Sagt den Namen nicht, was rufschädigend ist, wer das tut. Aber, was ist passiert? Die haben behauptet, er hat fünfmal getippt. Wie soll er das beweisen, dass er es nicht gemacht hat? Das ist ein Problem. Also aufpassen bei all diesen Dingen, dass Sie nicht zu schnell Informationen wohin geben und vielleicht auch nicht unprotokolliert wohin gehen, wenn es auch irgendwie möglich ist. Dann natürlich das Vertrauen, aber okay. Das ist eine Sache, wem vertraue ich im Webshop? Doch da habe ich noch eine kurze Folie. Es wurde bereits erwähnt, Sie können Webshops zertifizieren lassen. Den Link habe ich drinnen. Können wir uns dann gleich anschauen. Und natürlich eine Aussage, die immer zutrifft, also die immer antrifft, es trifft immer die anderen. Der Haken daran ist, dass die anderen das nicht sagen. Wir hören heutzutage viel zu wenig, wenn was passiert. Wir wissen das, weil ich also auch bei Gutachter bin bei Gericht, dass die meisten Fälle in der Verschwiegenheit weggründeln. Damit ja nicht eine Verunsicherung entsteht. Und auch gleich ein Hinweis zur Kreditkartensache, wenn Sie dort auch nur mit den kleinen Fingern so machen, Achtung, wenn du nicht zurückzahlst, sehen wir uns in der Öffentlichkeit, wird sofort alles erledigt. Absolut. Selbst auch erlebt bei einem Fall, dass in England drüben war ich, kurz drüben, und nachher wurde auf meine Kreditkarte noch einmal gegessen in dem Lokal. Ich wollte natürlich nachforschen und habe nachgestoßen. Ich möchte Info. Was war? Nichts. Keine Info kam zu mir. Es wurde nur storniert. Es wird einfach still geschwiegen, wenn da was passiert bei solchen Aktionen. Ich brauche mit einem Kreditkarten für mich urgiert. Dieser Beleg kann nicht sein. Da war ich schon in Österreich nachweislich und nicht mehr dort. War leicht zu beweisen für mich. Wir haben es kurz zur Kenntnis genommen und die E-Mail hat gereicht. Weil sie wahrscheinlich versucht haben, Belege zu prüfen, wie auch immer. Wobei die interessante Geschichte ist, wenn man jetzt einen Kreditkartenbetrug hört, ist es meistens ein Beleg, den man irgendwo in einer griechischen Taverne weggeschmissen hat oder umgekehrt. Machen Sie es einmal richtig. Wozu gibt es die drei Ziffern da hinten? Das ist doch ein irrsinniger Blödsinn eigentlich auf der Kreditkarte. Wozu standen die drei Ziffern da? Wenn ihr eine Kreditkarte in der Hand habt, reißt, merken wir die genauso. Das heißt, Sie müssten eigentlich beim Benutzen eines Kaufes mit der Kreditkarte, sprich jetzt nicht im Netz, sondern diesmal normal, müssten Sie sagen, lieber Kellner, komm her, vor meinen Augen wird gerubelt und du schaust nicht nach hinten auf die Karte. Machen Sie das einmal in ein Lokal. Dann kann er die Unterschriften prüfen. Das ist ein anderes Thema. Das sagt er dann. Das sagt er dann. Aber im Prinzip... Das muss ich prüfen. Das bleibt dem Polizier andersüber. Und das sonst kann man jeder unterschreiben. Da muss ich drei Ziffern drüber schieben. Wie auch immer, auf alle Fälle, der normale sogenannte Internetbetrug resultiert aus der Security aus, zu 99 Prozent aus einem anderen Betrug, der de facto zu einer Nutzung dann im Netz führt. Das ist auch von kurz auf den Punkt gebracht. So, jetzt machen wir weiter, sonst sitzen wir morgen noch da, weil das ist ein spannendes Thema, klarerweise. Aber wir können gerne nachher noch drüber reden. Und dann natürlich ein Thema, was ganz interessant ist. Es gibt in Amerika, drüben sind schon ein bisschen vorsichtiger, weil vielleicht passiert auch mehr. Das Department of Defense hat eine eigene Abteilung eingerichtet, die sehr viel Geld zur Verfügung stellt, gegen Identitätsdiebstahl. Naja, was macht Österreich? Null. Ich habe noch nie gehört in Österreich, dass da irgendwas gemacht wird, als Hilfe für die armen Leute, weil diese wirklich armen Identität gestohlen wird. Ich möchte nicht das Beispiel davon, dass Sandra Bullock nehmen, das Netz, falls es jemand gesehen hat. Ein Spitzenfilm von der Denkweise her. Aber da sind wir nicht so weit entfernt davon, wenn einer wirkliche Identitätsdiebstahl vorhat. Und da sieht man natürlich genau, dass die Amerikaner da ein bisschen mehr schon dahinter sind, dass da auch eine Hilfestellung für den Armen, den es betrifft, gegeben ist. Ja, also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt jetzt, dass man sich selber schützen muss, seine Daten. Da haben wir ja ein bisschen an Vierzeiler dazu geschrieben, dass man sich selber schützen sollte. Und dann ein paar Begriffsbildungen zum letzten oder vorletzten Vortrag. Wir haben den Begriff Datenschutz und Datensicherheit. Das eine, Datenschutz, wird durch das DSG 2000 versucht abzubilden. Da kommen noch Begriffe noch. Die Datensicherheit, dass sie nicht verloren gehen. Und da ist auch so ein Begriff gefallen im letzten Vortrag. In einem Cookie, wo mein Passwort vielleicht drin steht. Jaul. Das sind so Dinge, die natürlich gefährlich sind. Auf das komme ich gleich. Was mache ich mit? Wie mache ich das wirklich? Weil irgendwo muss ja meine, selber auch, meine Passwörter haben. Also ich glaube, ich habe in meinem Umfeld dann die 40 Passwörter, die ich brauche. Die kann man sich nicht einfach unaufgeschrieben einfach merken. Aber es gibt Möglichkeiten über einen Formalismus, den ich Ihnen kurz zeigen werde, wie man bei einem Webshop das machen kann. Und dann haben wir natürlich die Rechtsprechung, die nachhinkt. Und die Praxis. Was ist gescheit, was man macht? Es ist immer besser, man klärt das praktisch mit jemandem, mit einem Partner, mit einer Notariatsstelle, die dazwischen im Handel steht. Weil Recht, es gibt kein Recht, ich zitiere das als Sachverständiger sehr gerne, obwohl es natürlich nicht gern gehört wird, es gibt kein Recht. Es gibt kein Recht. Man kann hunderttausend Gesetze machen. Am Schluss kommt heraus, man bekommt Recht. Man bekommt Recht bei einer entsprechenden Stelle. Und wer besser argumentiert oder teure Anwälte hat, der gewinnt. In den seltensten Fällen stimmt das dann hundertprozentig immer überein. Es ist immer meist ein Kompromiss. Und dann natürlich Zukunft und Gegenwart. Wo entwickelt er sich hin? Und das ist ein definitiver Punkt. Wir haben heute noch überhaupt nichts gehört von zum Beispiel Tokens. Also irgendwas ich in der Hand habe. Und das wird definitiv die Zukunft sein. Ich muss etwas besitzen, um etwas tun zu können. Passwörter sollten in den nächsten paar Jahren, hoffe ich, nicht mehr existieren. Aber das ist wahrscheinlich genauso ein idealistischer Ansatz wie ein nordischer Staat, der sagt, er verbietet alle Benzinautos. Das ist etwas, was ein Wunsch ist und manche probieren es und kündigen es an. Bitte? Ja, ja. Was ist das? Norwegen, Finnland. Alle von denen da oben ist es. Wer gesagt hat, ab dem Jahr X, ich weiß es auch nicht auswendig, darf kein Benzinauto mehr fahren. Auch kein Diesel. Nichts. Verkauft. Verkauft. Ja gut. Dann gibt es aber noch eine Schonfrist, weil die werden eh kaputt. Also solche Sachen passieren. War das? Also. Okay. Gehen wir weiter. Und da gibt es natürlich jetzt ein paar Dinge, die hinein zielen in diese Shoppingsthematik, die uns auch dann zeigt, wo die Probleme vielleicht ein bisschen sind. Auch viel größer gesehen als der rein Security. Ich nenne es das Ditech-Syndrom. Warum sind die auf die Schnauze gefallen? Sie haben Spitzenverkäufer gehabt, die aber geschult waren als Techniker. Das heißt, ich habe das selber auch gemacht. Ich bin im Aarhof-Center zur Ditech gegangen, haben mir das genau erklären lassen, was ich was brauchte, habe mir angeschaut und bin nach Hause gegangen und habe es über Amazon gekauft. Also dieser Weg, dieses optimalen Beratens mit Lagerhaltung, muss man völlig anders aufziehen, sonst scheitert man. Und das ist genau der Weg, der tatsächlich also Ditech in die Krise gebracht hat. Umgekehrt wieder, und jetzt kommt es, wie schaut es mit der Garantie aus und mit einer Hotline? Das ist auch ein Punkt, den man zur Geizhaltskaufthematik einmal diskutieren muss. Wir kennen das, weil wir in manchen Bereichen auch mit Screens zu tun haben. Und natürlich passiert Folgendes, wenn Sie in Österreich einen Samsung-Screen kaufen, Sie gehen in den Geizhals, kriegen es in Deutschland billiger. Und zwar so, wenn ich als normaler Geschäftsmann 4-5% draufschlage, bin ich noch unter dem Heck, den er hat. Das heißt, es kann nicht funktionieren. Warum? Zwei Gründe. Erstens haben die große Stückzahlen, damit kriegen sie einen günstigen Preis und können über Geizhals anbieten. Aber der sitzt irgendwo in Hamburg. Und jetzt schauen Sie mal, wie es mit der Garantie aus ist. Was ist übrigens Garantie? Eine freiwillige Leistung. Gewährleistung ist die Pflicht, gesetzlich. Garantie ist freiwillig. Somit kann ein Konzern oder eine Firma die Garantie freiwillig reduzieren oder erhöhen. Und wenn ich heutzutage auf einem Screen drei Jahre Garantie habe, kann ich sagen, gebe ich dir nur, wenn du es in Österreich kaufst. Ist ein Riesenproblem wieder, weil da kommt die EU und sagt, darf er nicht sagen. Macht es ein bisschen geschickter heute, aber macht es so. So läuft die Situation, wenn man im Internationalen vergleicht. Aber das sollte mir bewusst sein, dass ich als normaler Konsument eine Gewährleistung habe. Die ist gesetzt und Garantie ist freiwillig. Und genauso ist es mit der Hotline. Wie und wo erfahre ich, wenn ich was brauche? Wenn man Hotline anruft, ist die erste Frage, die ich immer stelle. Sitzen Sie in Irland oder wo sind Sie zu Hause? Ich möchte ja wissen, mit wem ich rede. Sitzen meistens irgendwo in dieser Gegend aus verschiedenen preislichen Gründen und so weiter. Auf der Gebührung. Es gibt noch ein zweites Syndrom, das wir natürlich haben. Das haben wir heute schon gehört. Das Hybride einkaufen wäre ja nicht schlecht, wenn ich über Internet bestelle und dann physisch hingehe und das kaufe. Nur haben wir da schon das große Kreislersterben. Das betrifft natürlich nicht nur die echten Kreisler, sondern auch die technischen Kreisler, wenn ich es so nennen darf. Ich habe in Pressbaum ein Geschäft, das gibt es ein zweites Mal nur in Wels. Dieses Geschäft hat alles. Aber nicht im technischen Bereich. Ich wundere mich jedes Mal, dass der Leben kam. Also solche Geschäfte werden langsam aber sicher aussterben. Aber ich weiß, wenn ich etwas schnell brauche, fahre ich dorthin. In welchem Bereich hast du es? Das ist alles. Der hat es von der Nudelsuppe angefangen bis zur Farbe, bis zum... Also alles. Da ist ein echter Universalkreisler. Ein Kaufhaus. Kaufhaus. Ich glaube, das ist Spinn. Der Werner kennt das. Also da kriegst du sogar die Gasflasche mit den 5 Kilo, wenn ich es brauche, zum Heizen. Alles hat er. Aber das ist selten. So etwas gibt es fast nicht mehr. Ist das nicht so für einen Aufsatzkaffeefilter, den man früher verwendet hat, zum Aufkissen? Also das wundert mich. So etwas würde ich normalerweise heutzutage nur mal über Amazon suchen, weil ich gar nicht auf die Idee komme, dass der noch so etwas hat. Also das sind so die interessanten Geschichten. Also das Kreisler-Paradigmen, der Wechsel dahinter ist. Nächster Punkt, anschreiben war mal. Das war die Zahlungsgeschichte. Dieser komplexe Vorgang, wo ich aufpassen muss, dass Lieferung und Geld in der richtigen Reihenfolge laufen. Früher ist man zum Kreisler gegangen. Oh, ich habe mein Geldbettel vergessen. Kann ich bitte anschreiben? Diese Denkweise ist vorbei. Vertrauen gibt es nicht mehr. Kontrolle ist das Einzige, was man noch haben will. Und das ist jetzt, kommt man in das Soziale ein bisschen hinein, weil das soll ja auch in der Digital Society hineinkommen. Ich sehe da einen gewissen Wandel in dem Vertrauen. Ich will nicht das Thema Handschlagsqualität in den Raum stellen. Ob es das überhaupt noch irgendwo gibt. Den Begriff kennen die Leute wahrscheinlich gar nicht mehr, was das eigentlich sein soll. Ja, und das ist ein persönlicher Kontakt war gestern. Und ja, das führt also zu wirklichen Vereinsamungsproblematik ein klein bisschen. Und eigentlich wird das Probieren und Angreifen virtualisiert. Und wenn man so an die Zukunft denkt, hier kommen nachher noch die Begriffe, so wie Sie es vielleicht kennen, Augmented Reality mit einer Google-Brille und solchen Dingen mehr. Diese Dinge werden, oder diese Cyber-Clothes, die Handschuhe, wenn man das Ganze spürt, wird so weit kommen, dass man eigentlich schon einkaufen geht. Aber so sitzt dabei. Dass man durchaus das Regal angreift, die Gegenstände wirklich physisch mehr oder minder bekommt. Aber wie gesagt, das ist eine Frage, ob das etwas Positives ist, lasse ich völlig offen. Es ist eine Richtung, in die es gehen wird. Ja, die Katze im Sack wissen wir eh, was das bedeutet. Ja, wo sind jetzt die Risikopotenziale? Und zwar in verschiedenen Bereichen. Machen wir es einmal rein theoretisch. Es gibt zwei Bereiche. Den Einkaufsprozess und das Produkt selbst. Gehen wir über den Einkaufsprozess, haben wir dort Risiken. Also, da kommen erst einmal die allgemeinen Gefahren der Web-Nutzung. Damit hätten wir schon den ganzen Tag zu füllen. Das heißt, wie erkenne ich, ob der da jetzt irgendwelche Fehler eingebaut hat? Ist die Webseite geprüft, gecheckt und so weiter? Also die allgemeine Nutzung von Webseiten-Thematik. Kreditkarten-Thematik haben wir schon gesehen. Kann man verschieben in verschiedenen Bereichen, mit oder ohne Kosten. Sehr interessant sind die neuesten Ansätze, die stark funktionieren, dass er gleich meine Bank anklingt und gleich direkt auf meiner Bank die Überweisung startet. Naja, krass, krass. Da beginnt es natürlich interessant zu werden. Was geht da an Daten noch mit? Wenn man es richtig hat und das Ganze über Handy quasi Handysignatur macht, also über den PIN übers Handy, ist es durchaus noch annehmbar. Aber auch das ist ein Restrisiko, wenn da mein Handy verloren geht und genau er weiß, dass ich das tue. Aber das wird immer bequemer und immer einfacher, hier zu zahlen. Und dann natürlich, welche Daten gebe ich bekannt? Wir haben vorhin gehört, ich kann in Deutschland mir eine Kreditkarte über einen Pass holen. Wer von Ihnen hat Personaldokumente eingescannt? Ja, und jetzt kommt die Frage, wo liegen die? Also das sind eine Frage und das könnte ich natürlich, wenn, wenn so etwas angenommen am PC liegt, da geht verloren, es ist nicht kryptisiert und jemand sieht hier einen Pass abgedruckt, also abgelegt, den kann ich durchaus so replizieren auf einem Papier, dass der Kamera das nicht erkennen kann. Also das wollte ich nur bewusst klar machen. Legen Sie bitte keine Personaldokumente ab. Interessant ist eines, bei irgendeiner Umfrage, das ist ein Thema für sich, das ich dann kurz klären werde noch, hat einer versucht, Daten von mir zu kriegen. Er hat gesagt, na welche Firmenbuchnummer, sage ich, schauen Sie ein Firmenbuch nach. Wie alt sind Sie? Schauen Sie ein Firmenbuch nach. Ich meine, die kann ja nachschauen, Daten sind ja von mir sowieso sehr viele bekannt. Also man muss immer unterscheiden, was weiß man sowieso, was bekomme ich auf andere Wege und was nicht. Und eine Kopie vom Führerschein oder eine Kopie vom Pass, kriegen Sie nicht so einfach. Außer über Hackerwege. Also Achtung auf diese Geschichten, wo legen Sie es ab? Hinweis von mir, es gibt, wenn man es sich nicht selber antun will, gibt es eine Möglichkeit, wenn man es ja digitale Signatur löst, kann man dort auch einen Tresor mieten und das liegt dann im staatlichen, halbstaatlichen Bereich, sagen wir so. Also da gibt es einen Bereich, wo man das durchaus als Tresor ablegen kann. Also das kann man keinen in der Pause da weiterreden. Also wichtig ist, Tresore haben. Und zwar nicht physisch, sondern am Computer, wo Sie es ablegen können. Da gibt es viele. Und dann ist natürlich die Frage bei einem Tresor, das ist natürlich dann zwangsneurotisch, aber gerade ein Tresor könnte ja wieder für einen Tresorhersteller Hintertüttel drin haben. Logischerweise. Daher die Empfehlung, solche Dinge eben Zertifizierstellen oder ähnlichen Bereichen zu übergeben. Aber jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, warum aufpassen muss, bei den Daten, die man weitergibt. Also aufpassen beim Webshop, wenn Sie zu viele Daten verlangen. Ja, bitte. Ja, der Name ist jetzt nicht einer, aber das ist der Tresor. Wer gibt denn die digitale Signatur auf? Der Regulat? E-Trust. E-Trust, danke, das war es, ja. Der E-Trust-Tresor. Da haben Sie, glaube ich, 10 Mega oder sowas oder ein bisschen mehr sogar haben Sie dort Platz. Also ich habe da ein paar Sachen schon ausgetestet, das liegt dort schön brav. Kann man auch die Dokumente, witzig, ablegen, digital signieren lassen und dort liegen lassen, digital signiert. Was den Vorteil hat, wenn man es irgendwo zu einem Amt schickt, das ist dann wirklich auch schon ausreichend voll. A-Trust, A-Bindestrich-Trust, E-Trust. Also ich habe schon längere Zeit damit zu tun gehabt, weil als Sachverständiger ist man verpflichtet, der digitale Signatur zu lösen bei denen, das ist eine Hintergrundförderung. Und daher kenne ich das E-Trust und das E-Trust ist eigentlich der Tresor wirklich eine empfehlenswerte Angelegenheit. Ja, und dann natürlich, das war jetzt einmal die Geschichte über die Webgeschichte selbst. Also aufpassen noch einmal mit den Daten. Im Übrigen, als Hinweis, fälschen Sie die Daten nicht. Weil, wenn Sie es viermal fälschen, weißt ja beim vierten Mal, wie es die richtigen Daten sind. Weil viele fälschen ihre Daten und sagen, ich bin 35, ich bin so und so alt. Und irgendwann kommt er dann, wenn man oft genug fälscht, kann der Rechner hinten statistisch ausrechnen, was die echten Daten wären. Ist das so? Weil man normalerweise ja nicht nachdenkt und das instinktiv macht. Wenn Sie jetzt von mir das hören, dann machen Sie das schon ganz anders. Was ich jetzt erzählt habe, ist, wenn man sich hinsetzt und das ausfüllt und irgendwelche Daten reinschreibt und beim anderen Shop dasselbe macht und die vernetzen sich, schließen die die Infos quer. Also ich gebe grundsätzlich beim Straßennamen hinten einen Buchstaben an, der mich hinweist, bei welchem Webshop ich das eingeben möchte. Okay. So dass, falls ich irgendeine Zusendung oder irgendwas kriege, aufgrund des letzten Buchstaben schließen kann, dass ich das höre. Ja, kenne ich. Das ist eine nette Geschichte. Das kann man machen. Ich merke auch immer mit Druckfehlern, wenn sowas passiert. In der Firma geht immer eine Post an eine Andrea Weiler, aber der heißt Andreas. Also solche Dinge sind, da weiß man dann, wo die dann herkommen. Das ist so eine Möglichkeit. Hilft aber auch nicht viel. Man weiß zwar dann, welches Webshop das war, aber so ist es halt. Ja, also das heißt, wir gehen noch einen Schritt weiter mit dem, wie gehe ich jetzt mit persönlichen Daten um. Und da gibt es jetzt ein paar Begriffe, die ich ganz kurz erwähnen will, was eigentlich spannend ist. Was sind eigentlich persönliche Daten? Persönliche Daten sind Identitäten, mit denen die Person bestimmt werden kann. Also Name, Adresse, Telefonnummer, Personalnummer, Familienstand und auch E-Mail wurde schon ausjudiziert. E-Mail ist ein persönliches Datum. Okay, also da sollte man aufpassen. Umgekehrt wieder, was sind sensible Daten? Das gibt es auch als Begriff. Die betrifft uns eigentlich weniger. Allerdings, das sind die Geschichten, religiöse Geschichten, sexuelle Bedürfnisse und solche Dinge mehr. Aber, das sollte man schon auch bedenken, es gibt ja auch Shops mit nicht seriösen Produkten. Die fallen eigentlich da hinein. Das ist auch dem wenigsten eigentlich bewusst. Und das ist eine andere Geschichte zu machen. Da müsste man eigentlich registrieren lassen, die Webseite. Vorab Kontrolle machen, jederzeit Überprüfung und so weiter. Man sieht, wie sinnlos das ist, wenn man weiß, wo überall die Pornodaten liegen. Das heißt, dieses Beispiel zeigt, dass diese Gesetze, wie sensible Daten oder auch persönliche Daten, wie wir heute schon gehört haben, ein reines internationales Problem darstellen, weil jede Nation anders wirklich damit umgeht. Eine interessante Anmerkung habe ich gemacht, weil ich das ganz witzig gefunden habe. Es gibt einen Begriff der besonders schutzwürdigen Daten. Und da wird es spannend, da müsste man eigentlich schon mal von der Vereinsseite wieder was machen. Weil darunter fällt wortwörtlich aus dem Gesetz Personendaten aus Informationsverbundsystemen. Naja, wenn jetzt mehrere Webshops sich vernetzen, fallen es da drunter. Eigentlich. Und da schaut keiner hin. Wer prüft es? Naja, prüfen. Es ist die Frage, wenn es aufpoppt und man sieht es, man protokolliert es, müsste man was tun können. Ich habe da irgendwo in den Unterlagen, jetzt vor kurzem, vor zwei, drei Tagen, ist mit Amazon ein Prozess geführt worden wieder. Und da ist was rausgekommen als Gewinn für Konsumenten, muss ich nochmal nachschauen. Also es passieren schon einige Dinge, aber es ist halt sehr mühsam, gegen solche Konzerne vorzugehen. Aber genau das ist das Problem. Wenn da unabhängige Firmen, die noch nicht so weit sind, dass sie sich gegenseitig aufgekauft haben, was der normale Weg ist, wenn ein Großunternehmen was braucht, kauft er sich ein soziales Netzwerk. Das läuft einfach so. Und da hat man einen Verbund, solange das noch nicht im Kaufverfahren passiert ist. Also ein Tipp in der ganzen Geschichte führt dahingehend, sparsam mit der Information umgehen. Ganz sparsam. Also nur das ausfüllen, was wirklich Pflicht ist und dann eventuell verfälschen mit Notizen, soweit das möglich ist. Und halt aufpassen, dass man da nicht so viel bekannt tut, gibt. Mehrmals falsch ist, einmal richtig, das ist ein Schlagwort, wir haben die Statistiker, das versuchen zu korrigieren. Aber ein Haken, das sehe ich regelmäßig, wenn ich irgendjemandem eine Mail schicke oder irgendwas in der Richtung mache, das zurückkommt, der ist jetzt gerade nicht da. Auch das sollte man in irgendeiner Form, falls es gefragt wird, nicht kundtun. Denn nichts Einfaches ist das, wenn er sagt, ich bin nicht daheim, aha, jetzt kann ich einbrechen gehen. Also diese Informationen bis ins kleinste Detail mit Vorsicht genießen und eingescannte, zum Beispiel in ein A-Trust hineinlegen. Interessant ist noch das Thema Telefonumfragen. Also da bin ich ein besonders lieb Kind, wenn mich einer anruft, weil das ist das, was man am wenigsten beantworten sollte, weil man nie weiß, was dahinter steckt. Also das ist ein Punkt, Telefonumfragen mit höchster Vorsicht genießen, denn es gibt definitiv Umfragen, die zielen auf gewisse Angriffe schon hin. Speziell auch auf die Location, wo man sich befindet, wenn man irgendwo hinfährt auf Urlaub oder waren Sie schon auf Urlaub und Sie sagen, nein, ist die Wahrscheinlichkeit schon wieder höher, dass demnächst fahren. Also da gibt es ja viele, viele Dinge, die hier zusammenspielen. Also Telefonumfragen sind ein bisschen heikel, dass man da keine Datenkund tut. Und manchmal werden die auch in Folge von Geschäftsanbarnungen im Web natürlich auch gemacht. Es gibt natürlich einen Punkt, der interessant ist, das sind die indirekt personenbezogenen Daten, das sind die, die verfälscht sind. Das heißt, auf Deutsch gesagt wurde, man nicht weiß, wer dahinter steckt. Damit muss man leben, dass das einfach als Statistik für Auswertungen genommen wird, ist an und für sich auch nicht schlecht. Nur wie gesagt, einer hat den Schlüssel. Wer hat den? Wer hat anonymisiert und ist das wirklich anonym? Das ist leider oft, nach außen wird gesagt, das ist eh anonym in Wahrheit. Weiß man genau, wer das war. Da reicht ja eine Vernetzung im Key-Bereich. Wir haben natürlich aber auch ein anderes Problem. Wir wünschen uns immer ganz gute Konsumentenschutzgesetze, die uns da schützen und helfen in dem Bereich. Aber einen Haken haben wir schon in der Richtung. Wenn nämlich auf der anderen Seite die Gesetze relativ unklar sind oder vielleicht auch zu streng sind, weil der Konsumentenschutz über das Ziel schießt oder große internationale Unterschiede bestehen, dass gewisse Risiken zu hoch wären für Unternehmer. Auch das ist ganz klar. Denn wenn Sie für eine Zertifizierung zu viel zahlen müssen, werden Sie das nicht tun. Das ist ganz klar. Und wenn das natürlich so weit geht, dass dann für den Anbieter der Schaden nicht kalkulierbar ist. Sie kennen den amerikanischen Markt, wie heikel der manchmal ist mit den Schadenersatzklagen. Dann kann das natürlich schwierig werden. Und ein Thema, was wunderschön im Raum schwebt, ist die lebenslange Garantie. Manche haben das in Österreich schon versucht, indem sie alle drei Jahre den Notbuch als kaputt zurückbringen und sagen, ich will einen neuen haben. Da haben wir so nette Gutachten schon gehabt in der Richtung. Da war immer irgendwas kaputt. Und nach dem dritten Mal wird dann jemand befragt, der das dann analysieren soll, ob es wirklich ein echter Schaden ist. Aber meistens ist das dann so teuer, dass sie trotzdem wieder ein Notebook geben. Das war so ein Fall, da kommt eine Anfrage, das war von einem großen Einkaufscenter, kommt die Frage, ist das ein Schaden, der wirklich in Garantie fällt? Display war gebrochen. Die Vermutung war sehr naheliegend, weil es genau eine passt hat, wenn man da einen Ratierkommel herlegt und zuklappt dieses Display kaputt. Und kriegt man einen neuen Computer, hat sich der gedacht. Man hat auch bekommen, aber das letzte Mal. Weil ich habe dann zurückschrieben, okay, das kann ich zwar festkörperphysikalisch genau die Bruchstelle analysieren und feststellen, ob das gebrochen ist. Aber wenn man das macht, kriegt man das ein zigfaches vom Computer selber. Also probiert wird in der Richtung die lebenslange Garantie auch von verschiedenen anderen in dem Bereich. Ja, jetzt gehen wir mal zum Thema, wie schütze ich mich also jetzt konkret? Erstens einmal, sofern es leider noch notwendig ist, das wird noch lange sein, ein Passwort. Einige Regeln zum Passwort, gewisse Länge. 20 plus ist nicht lange. Wenn Sie ein ordentliches Kryptoprogramm betrachten, schlägt der eine noch längere, wirklich sichere Lösung vor. Ich muss aber eines sagen, das grenzt dann schon wieder ans Zwangsneurotische. Denn das kann dann zwar Pentagon und CIA vielleicht knacken, aber nicht der Nachbar. Also das ist immer die Frage, auch mit der Tür, das kennen Sie vielleicht, ein Bekannter von mir, hat sich so eine dicke Tür machen lassen. Wo machst du das? Damit die Eppbrecher drüben einbrechen. Das heißt, meine Tür stärker ist, als die vom Nachbarn brechen es dort ein. Stärker aussieht. Aussieht, das reicht auch für sich schon. Und genau dasselbe gilt auch bei gewissen Passwortvarianten, wenn er sieht, wenn ein Algorithmen herkommt, so kein Ziel bleibt, pfeift er drauf. Dann natürlich mischen entsprechend und die alte bekannte Regel, nicht so wie früher, man gesagt hat, nimm einen dicken Lexikonstich hinein mit Zirkeln und nimm das als Passwort. Genau das machen die Suchalgorithmen der Hacker. Also da geben Sie schon vor, Phrasen, welches Lexikon, welche Sprache und so macht er schon seine Brutforsattacke. Das heißt, heutzutage ist ein gutes Passwort eines, das in keinem Lexikon steht. Also ein kleines Beispiel, das gebe ich immer sehr gern, vor allem selbst natürlich jetzt nicht mehr, weil ich es erkläre, ich gehe abends in den Wald und der Anfangsbuchstaben nimmt er einmal. Klingt einmal nicht schlecht. Dann irgendein Sonderzeichen hinten dran, es geht um Geld, also nimm ich einen Dollar, Dollar fällt auf, nimm ich einen Euro. Okay, dahinter dann eine Zahl. Und die Zahl, wie merke ich mir die? Na so wie einen Pin, ist die nächste Folie. Also man kann sich selber sozusagen Algorithmen definieren, das ist das Ziel, was ich Ihnen mitgeben will. Wenn Sie in einem Webshop unterwegs sind, bauen Sie sich selber einen persönlichen Algorithmus und aus diesem heraus können Sie dann das Passwort sich merken. Manchmal sogar aufschreiben ein Teil davon, nämlich die Zahl. Auf das komme ich gleich. Und nach Möglichkeit, aber da komme ich später nochmal darauf zurück, weg vom Passwort. Und das wird sicher in Zukunft verstärkt kommen, dass man halt nicht unbedingt immer von einer Firma jetzt einen Kunden-USB-Stick bekommt. Das machen manche Kaufer, sie steigen auf sowas rum, das heißt Kundenkarte an Stick verteilen, aber ist auch nicht das Wahre. Den hat man nicht dort, wo man braucht. Welche Hardware hat man immer bei sich? Das Handy, logisch. Also wird das Handy genau so eingesetzt werden, wie es normalerweise beim Banking üblich ist, ein Challenge-Response-Verfahren. Also ich tippe ein Passwort ein, was in Wirklichkeit irgendein Kombi ist, die halt unkritisch ist, wenn es geklaut wird, weil der schickt dann an eine Handynummer noch ein Key, den ich eintippen muss. Da muss man dann aufpassen, dass man sein Device wirklich immer bei sich hat. Das ist der nächste Punkt, der noch ein Restrisiko bei diesem Verfahren nach sich zieht. Also der Token ja, aber das Handy ist das Universal-Device in der Richtung. Ja, da gibt es auch übrigens einen Online-Checker, der prüft noch einmal nach, ob das Passwort stimmt. Da würde ich nicht das ganze Passwort eintippen, sondern nur das ohne Zahl, denn als Zwangsnerotiker könnte das Programm sich das vielleicht merken, wenn wir verschieben. Aber da wird man dann schon sehr zwangsnerotisch. Darum sage ich, es ist harmlos, aber da würde ich nur das Passwort in dem Teil eintippen, wo danach noch von mir eine Zahl dahinter kommt. Weil das ist dann das echte Passwort. Also das sind so die zwangsnerotischen Verfahren, die man in sich langsam entwickelt. Ja, und wenn man jetzt zur Zahl kommt, jetzt wird es spannend, bei der Zahl erstens niemals aufschreiben. Und damit wird es natürlich schwierig, wenn ich jetzt herkomme, und ich habe da wirklich 20 verschiedene Ziglörige-Bereiche, und da habe ich immer die letzte Zahl von mir dahinter, das ist schlecht. Wenn da immer 1, 2, 3, 4, 5 steht, sowieso schlecht, aber es sollte einfach als Zahl nicht stehen. Daher baut man sich selber, und jetzt wird es spannend, ganz kurz nur zum Nachdenken, ganz kurz für sich eine Regel. Und ich kann immer eine Zahl aufschreiben, sie anschauen, und sofort zu meinem Key umbauen. Wenn ich nämlich umkehrbare Algorithmen einbaue, in der Security. Das heißt, nehmen wir ein kleines Beispiel. Die heikle Zahl ist 34, 12. Das wäre mein Pin angenommen. Und jetzt gehe ich her und spiegle das. Geistig. Warum denkt man damit wie ein Strich, 4, 1, 4 tauscht und 2, 3 wird tauscht. Fertig. Und ich habe schon einen Algorithmus für mich, dass ich hergehen kann und 21, 43 auf meine Bankomatkarte hinten drauf schreibe. Und wenn ich es dann eintippen soll, schaue ich das nur an, und kann, ohne dass ich etwas ändere, sofort sagen, ah, gespiegelt. Das heißt, ich nehme mir jetzt die Zahl wieder in der Mitte und spiegle sie, die da steht. Muss ich das hinschauen. Brauchen Sie nichts aufschreiben. Obwohl die Zahl drauf... Und der kann sich durchaus seine Zigmal ausprobieren, der wird mit 21, 63 nichts aufhangen, wenn er mein Korten findet. So, jetzt ist es natürlich interessant. Spiel. Wieder? Wo wird auch ein Spiel? Scherzvoll. Aber jetzt nehmen wir das Beispiel, angenommen, du bist jetzt ein braver Bösewicht, und klaust dir meine Kreditkarte und da steht das drauf. Dann warst du, ah, der Manfred hat den Code, da kann ich schon eine damit. Schmeck's. Nicht so. Denn es gibt noch andere Algorithmen, die genau denselben Spaß machen, dass sie nämlich reversibel sind. Und wenn man jetzt für sich definiert, aus dem nächsten Algorithmen, eine Kombination, die man dann leben lang hat, kann nichts passieren. Zweiter Algorithmus, der umkehrbar ist, ist der Außentausch zum Beispiel. Logisch. Spiegel ist nicht Außentausch, bei Ihnen wird nichts verändern. Drittes Beispiel, rotieren im Kreis. Einmal rechts, einmal links. Das machen nicht bitte alle die Algorithmen, sonst stecken sie von Dankamata eine halbe Stunde, bevor sie es vor dreht haben. Das ist ja auch nicht das Ziel. Also es sollte nicht, dass sie alle kombinieren, aber zweigeschickt kombinieren. Und das Schönste, weil das wissen nur die Informatiker, was ein neuer Kompliment ist. ist auch reversibel. Denn es wird ein Dreier zum Sechser und wenn man umdraht, wieder auf neun ergänzt, wieder zum Dreier. Da können Sie eine wunderschöne Zahl sofort ergänzen. Also das sind die Ideen, wo ich sage, gerne die Zahl dann aufschreiben, aber die kodierte. Und somit haben Sie einen einfachen Weg als Tipp, wie Sie Zahlen für immer sicher einmal in sich definiert. Das heißt, Sie sagen, einmal spiegeln, einmal links rotieren, neuer Kompliment und das war schon. Wie geht das mit neuer Kompliment genau? Ergänzen auf neun. Das heißt, sechs, fünf, acht, sieben. Das geht jetzt in die Glocke beim Hinschauen. Ja, ja, das war schon. Also so einfach kann man das durch Kombination machen. Also diese einfachen Regeln zu nehmen, da sieht man zum Beispiel unten, spiegeln, fluss neuer Kompliment. Das sind also die Zahlen, die man dann sozusagen sich notiert und irgendwo aufschreibt. zu den Folien noch, weil Sie ja ein Foto gemacht haben, die liegen auf der Webseite, also das können Sie sich dann doch zur Gemüte führen. Das folgt noch so gut, das muss ich mir sagen. Ja, das ist, ich freu mich, wenn ich einen guten Tipp geben konnte, weil das sind einfache Regeln. Ich sage immer, Awareness muss so sein, dass auch jeder kann. Und das kann ich auch erklären, einer Sekretärin. Nicht alle Algorithmen, aber wenigstens ein Teil davon. Also das mit neuer Kompliment, werde ich nicht so nennen, sonst versteht ihr das vielleicht nicht. Das ist jeder Kompliment für diese Sekretärin. Das geht nicht. Lassen wir das mit deinen Komplimenten. Okay, also das zu dem Thema, wie ich mich heute auch ganz gut schützen kann, wenn ich keine Token-Lösung habe. So, aber jetzt kommen wir zur interessantesten Lösung. Sie werden es nicht glauben, jetzt ist ein Internet schauen. Erstaunlich, das ist ein Vergleich auch mit dem Brexit-Wechtag jetzt bringen. Security-Forderung von morgen, Kundenkarten mit Chip, eh kein Thema, die weiß haben wir gesagt, aber AFIP-Sublamale-Implantate. Haben alle Hunde, die seriös umrum laufen, und da wir jetzt nicht eine Hundepfoto, sondern eine Menschenhand, wo sein Implantat drinnen ist. Jeder sagt, bist du Wahnsinn, der wird gechippt. Ich behaupte, in absehbarer Zeit wird das nicht nur freiwillig sein. So geht es ganz rund um. Meine Meinung. Dass es freiwillig gemacht wird, können Sie im Internet schauen. Wer macht das gerne? Disco-Besucher. Sie werden es nicht glauben, wie viele Discos es gibt, wenn man so einen Chip hat, kann man rein, wenn man will, braucht nichts, zahlen gar nichts, weil das alles einmal im Monat erledigt wird. Der legt die Hand, auf und auf die Tür, sie geht auf, legt die Hand am Tisch, okay, ist schon zahlen. Perfekt. Papa wird es schon richtig. Da gibt es Discos, die in Amerika sind auch schon, ganze Firmen, wo man das selber sich kaufen kann, selber implantieren kann. Und in Amsterdam, habe ich gelesen, vor kurzem hat es eine Disco aufgemacht, die alle, die dort hineinkommen, schmiert den anderen, es geht schon zu Gericht. Perfekt. Ein südamerikanischer Politiker hat das machen lassen, der hat Angst gehabt vor Entführung. Auch nicht der Drang. Ein südamerikanischer. Ein südamerikanischer. Ein südamerikanischer. Der ist auch vor Entführung. Und der wollte sich mit Hilfe eines Chips das empfinden. Ja, das wird schwierig, weil der Chip keine Reichweite hat. Das wird mit der Distanz ein bisschen schwierig werden in Südamerika überhaupt. Aber im Prinzip ist das natürlich für Zutrittskontrollen und Identifikation von Personen durchaus eine einfache Lösung. Man kann im Internet mal nachschauen, da unten gibt es zum Beispiel habe ich eine Seite im Link, da können Sie selbst sich einen Chip ordern, der auch beschreibbar ist von Ihnen und mit Daten bespielt werden kann. Und Sie plantieren sich dann. Aber wenn man einen Leser anlebt, genau. So ist es. Was ist mit dem? Kommt demnächst, also ALF-ID ist ja kein Thema. Also das... Das ist ja groß wahrscheinlich, nicht? Das ist ganz klar, das wird injiziert mit einer Nadel, das geht relativ einfach. Also das sind natürlich die Geschichten, wo es hingeht und wir reden ja von Einkauf in der Zukunft und Security, das ist das richtige Folie da wird dazu zu dem Thema. Wie weit das natürlich dann von manchen ignoriert wird, die zum Beispiel nie shoppen gehen im Internet oder ich kenne auch Kollegen, die nie eine Kreditkarte oder Bankomatkarte haben und trotzdem IT unterrichten. Es gibt Leute, die sich aus Prinzip dazu bekennen, so ist es heute. Aber okay, ist in Ordnung, kann man akzeptieren. Aber wenn es natürlich in die Breite geht, sind solche Sachen von der Security her nicht uninteressant. Ja, und jetzt, dann habe ich zusammengefasst, einmal die 10 Gebote der Shop-Auswahl, übrigens in Anleihen, das finden Sie sogar von der HelpGV-AT-Seite, sowas. Die haben sich auch damit auseinandergesetzt, aber da komme ich dann gleich auf einen Punkt, wo ich vor kurzem eine böse E-Mail geschickt habe an die lieben Leute bei der HelpGV. Kommt dann gleich nachher, weil die sind nicht ganz aktuell. Also erster Punkt einmal, haben wir schon gehört, im Impressum. Bitte, Firmenname, Anschrift und solche Dinge sollten eindeutig, und da steht auch schon Firmenbuchnummer, die gehört natürlich in Österreich rein, damit habe ich über das Firmenbuch den ersten Schritt. Wenn da der Firma steht, die nicht im Firmenbuch steht, und das kriegt man heutzutage mit Firmen-ABC sofort raus, das ist kostenlos, können wir uns gleich nachschauen, welche Firmenbuchnummer das ist. Kostet nichts, kann man nachschauen. Also wenn man wirklich heikel einkauft, Webshop, Impressum, Firmenbuch. Wenn man noch mehr neurotisch ist, kann man natürlich auf die Zentren gehen, die die Webseitenadressen vergeben, eben die RIPE oder Internik, und dann erkennen, ob das zusammen stimmt. Ist der nächste Schritt. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten auch, aber das wären die einfachen Schritte, die jeder machen kann. Dann natürlich die Vertragsbedingungen. Hier steht so schön Transparent. Jaul. Wie viele Seiten haben die AGBs? Ich habe jetzt wieder so eine AGB-Liste gekriegt mit 45 Seiten, also das ist ja ein Wahnsinn. Also da braucht man wirklich erstens eine juridische Grundausbildung und das Ganze einmal verstehen, ist mühsam. Und dann sollten natürlich auch die Garantiebedingungen übersichtlich dastehen. Haben wir schon gehört, Garantie ist freiwillig, der Rest ist sowieso gesetzlich geregelt. Und natürlich eventuell die Zusatzkosten, damit man nicht das traurige Erwachen hat, haben wir gehört, kostenlose Lieferung aus China könnte auch 100 Euro kosten, der eine Euro. Das ist natürlich jetzt die Frage, die machen es kostenlos, aber wenn sie wollen, nachher, können sie 100 Euro verlangen, weil so viel kostet in der anderen Richtung. Also das kann durchaus passieren, dass man da ein Erwachen hat nachher dann. Und natürlich mit den Zahlungsmöglichkeiten sowieso möglichst über eine Notariatsstelle, wie man das nennt, also über eine unabhängige dritte Stelle, das bezahlen lassen. Interessant ist es, dass manche Shop-Anbieter im Internet das mit anbieten. Das heißt, da kann der, der einen Shop einrichtet, auf deren Webseite sich seinen Shop einrichten, die machen die Zahlungsangelegenheiten, nur weisen das Geld aufs Konto. Irrsinnig einfach heutzutage. Also das ist, das haben wir in der Firma jetzt installiert für eine dieser Lösungen, das ist in drei Tagen von einem Spezialisten installiert, und der hat seinen Webshop laufen. Mit allem, was sie brauchen, mit Logos, Daten muss man halt noch reinfüttern. Das ist der einzige Arbeitsaufwand, das die Daten hineinzubringen. Aber einen Webshop heutzutage zu betreiben, muss man ja nicht selber machen. Da gibt es Anbieter, die als Webshop-Anbieter fungieren und das einfach bereitstellen. Und das Schöne dran ist, sie brauchen sich nicht plagen, wenn der in Amerika nicht zahlt. Weil der kümmert sich der drum, weil der überall seine Niederlassungen hat. Weil wenn sie einen Webshop selbst betreiben und der Armee zahlt, nicht, was machen sie dann? Meistens das Kreuz drüber, bevor der Aufwand zu hoch wird. Und die haben zum Beispiel in Holland eine Niederlassung für die EU, Gott sei Dank nicht in England, in Holland, und damit klappt das. Zu den Zahlungsmöglichkeiten. Oft gibt es Kreditkarten, aber nicht immer ist zum Beispiel bei Visa das Verified by Visa dabei. Was macht man mit solchen Anbietern? Na ja, ein Restrisiko haben sie dann, dass sie das nicht bekommen. Also das Problem ist die Liefer-Tiefer-Situation. Der Verified by Visa haftet auf der einen Seite dafür, dass nichts abgebucht wird und nichts kommt. Aber sonst, ich kenne das halt, einmal kommt das so mit und ohne Verified, aber für den Benutzer selbst sehe ich nicht viel Unterschied. Der Schutz ist nicht im Schutz. Richtig, ja. Der Schutz ist für den Händler und nicht für den Kampfer. Das wäre es auch für mich. In Wirklichkeit nicht. Wenn man weiß, dass einer gesehen hat, und der hat die Umtrag und hat den Kurs, dann kann er schon die Kreditkartenkirchen, wie man würde sagen, erledigt wird, und weiß, dass man das sofort zurückzahlen. Also in Wirklichkeit so etwas heutzutage erklärt haben, die Kreditkartenfirmen wollen das Risiko ja nicht eingehen, dass irgendeiner dann sagt, ich bin betrogen worden von denen, dann gibt es da die Karten so voll zurück. Das heißt, wenn der Schutz in Wirklichkeit ist für den Händler. Genau. Und das größte Problem für den Händler ist immer, dass der Händler nicht nachweisen kann, im Normalfall, dass er die Unterschrift auf der Rückseite korrekt geprüft hat. Ab einem normalen physischen Zeitpunkt. Weil, wenn der einer Kraxen ihm auch das so ähnlich ausschaut, dann würde er das nachvollziehen. Das heißt, ein Schaden bleibt wenn ich ihm den Händler bitte. Und das ist genau für den Händler. Der Händler kann genau seine Kreditkarte akzeptiert, ohne die drei Ziffern. Das ist eine reine Freiwilligkeit, um geschützt zu sein mit einem Verified. Also ich kann genau, dass diese Überprüfung wird nicht von der Kreditkarte vorgeschrieben. Weil wie gesagt, wenn du Verified bei Visa verwendest und es wird irgendwie ein anderer Punkt ab, wie auch immer, dann bleibst du ein Schaden. Weil der Händler kann dann sagen, Verified bei Visa, ich bin fein. Ich verstehe es schon, aber der müsste ja mein Passwort kennen. Ja, ja, natürlich. Aber das ist ein Schaden. Also der Händler hat den Schutz. Genau. Die Karte gebe ich ja doch immer wieder mal aus der Hand. Das ist ja das Unangenehme. Das sollte man nicht tun. Eine Karte aus der Hand geben. Nein, sowas. Das ist genau das, wie ich gesagt habe. Drei Ziffern hinten, einmal die Karte aus der Hand, eine Kopie von dem Rubelding, hat er in seiner Taverne liegen. Kann er bestellen im Internet. Zwei Handyfotos. Ja, so weit denken die wahrscheinlich gar nicht, aber das merkt so, drei Ziffern merkt sich auch ein Kellner da unten. Wenn man das durchstreicht, das zeigst hinten. Bitte? Wenn man das durchstreicht, das zeigst, dann kann er nichts lesen. Ja gut, aber das ist das Problem, was man sieht, was machst du da? Mit meiner Methode, genau, perfekt. Nein, man schreibt drunter das neuer Komplement von den drei, das passt, das streicht so durch. Okay, passt, perfekt. Nein, wieder was gelernt. Und das habe ich auch noch nicht gedacht, seitdem wir machen meine Kreditkarte, meine eigene Regeln dort anwenden. Okay, gut, kommen wir zu den zweiten Hälften der zehn Gebote. Also eine Gegenbestätigung machen per E-Mail und interessant ist ja eines, das heißt immer, was ist ein E-Mail, ist das rechtsgültig, ist es nicht. Es ist immer eine Beweiswürdigungsfrage im Streitfall. Das ist wichtig. Dieses Vokabel sollte man sich merken, in Österreich gibt es nur eine Beweiswürdigung, eine noch genau richterliche Beweiswürdigung, wenn es ernst wird. Und weil er selber das als Richter nicht beurteilen kann, beauftragt er meistens an Sachverständigen. Aber im Prinzip geht es immer um eine Beweiswürdigung. Und wenn Sie eine E-Mail vorlegen, ist das schon ein halber Beweis. Der echte Beweis ist, wenn Sie noch eine Leseranforderung anfordern. Dann ist der zweite Beweis. Also so können Sie immer mehr die Würdigung der Beweise erhöhen. Und je mehr Sie haben, umso besser für Sie. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man das so bedenkt, wenn es zu einem Streit kommt und man hat viele Belege, ich mache das meistens auch, wenn ich etwas bestelle, bin ich auch immer neurotisch, ich mache immer einen Snap vom Bildschirm. Und wurr mich dann mit eh hinten auch noch, was zum Drucken kommt. Aber man weiß ja nicht, ob da noch ein Druckbutton hinten auch kommt. Oder ob es funktioniert. Genau. Das heißt, in so einem Fall gibt es immer mal schön drauf Snap und geht schon. Aha, gut, brauche ich nicht, kann ich löschen. Aber auf alle Fälle habe ich dann immer schöne Belege und kann nachweisen, was los ist. Ja, also ich habe da so einen Snapper drauf, wo ich auch ausschnitte, snappen kann, was praktischer ist. Weil immer der ganze Bildschirm ist, okay, geht auch, aber ausziehbares Fensterchen zum Snappen ist ganz gut. Also das ist die Bestätigung, damit es funktioniert. Und natürlich diese Geschichten mit Rückgaberecht und so, da sind wir sehr gut unterwegs im B2C. Also der Konsument hat auch recht gute Rechtsrückgaben von, wenn er nicht zufrieden ist und gefragt, während im B2B ist es ein bisschen was anderes, aber da reden wir heute auch nicht drüber. Und die Lieferzeit sollte angegeben werden. Ist ja recht nett. Mit den Lieferungen auf das komme ich dann gleich. Und der Anbieter sollte sich verpflichten, nicht an Dritte weiterzugeben. Damit beginnt der Kreislauf der Vernetzung der Shops. Also an dem Punkt 9 wird schwierig werden im Internationbereich sowieso. Bitte? Wenn der B2C sagt, dass die Daten nicht an Dritte weitergeben müssen, der das an der Amerika weitergeben oder der Geschehen gut ist? Wenn sie verwandt sind schon, ja? Also verwandt. Firmenbeteiligungen untereinander. Ja, Rebe natürlich. Absolut. Im Rebe-Bereich ist das. Das Internet bleibt nur noch B2C. Nein, nein. Es ist ja so, auch bei Zukauf von Firmen hast du nicht unbedingt, dass dann Firmennamen gewechselt wird. Das geht ja nur die Eigentümerschaften. Link-Adding ist ja da jetzt gerade gekauft worden, also die werden auch nicht den Namen wechseln. Okay. Gut. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, was wir vorhin gehört haben. Es gibt eine schöne Webseite, wo schon 295 zertifizierte Shops drauf sind. Jetzt gehe zum Nachdenken, wer könnte das in Österreich sein. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es wird spannend. Ich bin natürlich auf die Webseite gegangen, im Sinne der Vorbereitung haben wir das angeschaut und da steht links ganz großartig News. Und die letzten News waren aus 2010. Da beginne ich als Security-Mensch ein bisschen skeptisch zu werden, wie das so läuft. Aber ich halte mich da völlig zurück einmal, noch, weil mehr will ich da nicht aussagen dazu. Aber auf alle Fälle, ich bin gespannt, was die so alles geprüft haben. Müssten wir sich einmal anschauen, wenn einer einen Webshop gründen will von Ihnen, können wir das auch gemeinsam einmal durchexerzieren. Das Zertifizieren einer Webseite in Österreich. Spannendes Thema, weil ich auch nicht weiß, wer es tut. Also ob das die TÜV jetzt nicht machen, weil sonst wäre ein TÜV-Zeichen da irgendwo drauf. Und wer immer das macht. Also ein interessantes Thema, die eRating.at. Werden wir uns vielleicht als Verein einmal zur Brust nehmen und schauen, was die so tun. Ja, und jetzt kommen natürlich ein bisschen ins Philosophische hinein. Wohin führt das Ganze? Und da gibt es ein Buch, 1932 ins Deutsche übersetzt, also schon vorher geschrieben von Aldous Huxley, Brave New World, Schöne neue Welt. Und wenn man diese Texte hier liest, lesen wir das einmal. Mittels mentaler Indoktrinierung bereits der Kleinkinder werden die Menschen in gewisse Gruppen geprägt. Jaul, das ist doch Gegenwart. allen Kassen, also diese Gruppen, die da entstehen, dieser visionären Gesellschaft, gemeinsam ist die Konditionierung auf eine permanente Befriedigung durch Konsum, Sex und Droge. Die Droge heißt SOMA, die den Mitgliedern dieser Gesellschaft das Bedürfnis zum kritischen Denken und Hinterfragen ihrer Weltordnung nimmt. Das ist die wichtigste Folge, glaube ich, des heutigen Tages. Und jetzt machen Sie bitte eines, ersetzen Sie SOMA durch Internet. Und das war 80 Jahre. Also das ist so faszinierend, wenn man das betrachtet. Also darum, da habe ich Luft geholt, wie ich das gelesen habe und habe gedacht, das muss ich unbedingt reinhängen, weil das ist wirklich faszinierend. Sollte man sich einmal gedanklich damit auseinandersetzen, wohin wir es steuern mit unserer lieben Gesellschaft. Und daher habe ich die nächsten paar Folien noch unter dem Titel Brave New World dazugefügt und auch als Konklusio oben dazu notiert. Wie schaut es aus in Zukunft? Nach dem Einkauf über den Webshop wird die Lieferung erfolgen. Aus dem Haus gehen gehe ich schon nicht wegen Einkaufen, da gehe ich schon gar nicht wegen der Ware aus dem Haus. Ist ja blöd, wenn ich schon per Web bestellen kann. Also, Lieferung durch Dienstleister. Na, haben wir ja heutzutage, ist ja nichts Besonderes. Aber es geht ja schon besser. In Abholcontainer. Post gibt es ja auch schon. Wenn Sie so Postpackerl holen, will ich nichts dazu sagen. Ich gehe hin zu dem Ding, sage ich so zu dem Kassel, gehe ich zu dem Kassel, sag ich, Kassel stellt sich hinten an, ich bin schon wieder hinten gestanden. Das buggelt gar nicht drin, wenn ich den Container. Also, das ist ja nicht organisatorisch gehandelt, weil der Wasserpostamt schaltet das selber nicht, ob er es holt oder ob der Kassel das hat. Also, aber gut, das ist ein Thema, man kann es natürlich schöner machen, dass man gar keinen hinstellt mehr, dann weiß man selber, ob es geht oder nicht mit QR-Code. In den Kofferraum eines Autos. Nette Geschichte. Irgendwo weiß einer, wo mein Auto ist und der andere, das liefert, weiß, wo das ist und kann hinein und macht den Kofferraum aus Hand rein. Wunderbar. Ich komme heim und habe das eh schon hinten drinnen. Das gibt es schon, ja. Schauen Sie im Internet nach. Also, wie weit das Service jetzt schon aktuell angeboten wird, aber du weißt vielleicht mehr. In Österreich gibt es nicht schon, die österreichische Post testet das, aber jetzt nur mit Gewerben, weil ich bin ein Handwerker und ich brauche morgen 100 Frauen und ich werde das eigentlich in das Video-Auto. und ich werde das direkt versuchen. Das ist auch immer noch ein Schuss. Ja, und ich frage die haben den Schüssel dann allein noch? Nein, ich frage den Kofferraum. Wenn du jetzt am Schluss oder der Auto kaufst, dann geht es nicht, oder? Auf alle Autos geht es nicht, nein. Beim Cabrio geht es, der haut er so weit. Okay, können wir nachher gerne weiter diskutieren. Ich mache schließlich ab, damit wir langsam weiterkommen. Dann natürlich Drohnen. In den USA ist die erste Pilot-Testphase mit Drohnen-Zustellung gestartet und bewilligt worden. Dort fährt schon ein Prototyp-Test. Wird mal schauen, was bei uns in Europa passiert mit der Amazon. Wird mal sehen. Der nächste Punkt ist natürlich durch autonome Roboterfahrzeuge. Wenn man auf der Straße einer Begegnung kann man sich ruhig hinstellen, der weicht schon aus. Also das wird einer der Schritte sein. Also kleinste Transportfahrzeuge auf dem Gesteig kann durchaus laufen. Nur wenn er nicht bestoffen ist. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, der mich besonders interessiert aus den Themen IoT und ähnlichen Dingen mehr, nämlich Downloads. Die laden nur mehr als gekauftes, sie kaufen sich einen Becher, ein schönes Service oder sowas, drucken einen Knopf, kriegen ein Config-File downgeladet, sagen drucken und der 3D-Drucker druckt es. Ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, die brauchen die Dinge ja nicht mehr physisch von der Industrie 4.0 irgendwo erzeugen lassen, sondern sie lassen es bei sich zu Hause erzeugen. Ist doch auch ein interessanter Geschäftsmodell und da geht schon verdammt viel bis zu einer Prothese, die schon gedruckt wurde, wie man weiß, im Internet auf 3D-Druck-Ebene. Ich sehe eigentlich in Amerika wo so super reichte Wohnen die haben quasi Briefkästen mit Kühlung. Weil da bestürzt sich der Manager und macht dann das Joghurt und die Milch und sonst und die ein paar Milch und den Champagner gemacht. Aber das ist old-fashioned, das ist langweilig. Da kann ich einen Radl-Fora hinschicken. Das ist deutsch-Gübloger und da nimmt man den Kühl-Heiß-Laufen und befreit. Langweilig. Das Drucken ist viel interessanter. Also wenn es mit dem Drucken funktioniert, mit dem Champagner-Drucken funktioniert. Beim Champagner-Drucken ist eher die Frage, wie lange es dauert, bis er die Reife erreicht hat. Das ist eher das Problem. Also ich würde sagen, bleiben wir auf der Kunststoff-Ebene, da geht es relativ preisgünstig demnächst, mit der Kunststoff-Ebene um etwas zu drucken. Wenn einem einen Löffel oder ein Besteck oder was, kann man Metalle, das machen die Arme so längst schon mit den Militärs und so weiter. Okay. Naja. Gut. Der Fantasie ist jeder Spielraum gegeben, dass man das auf diese Art machen kann. Aber jetzt gehen wir noch weiter in der Brave New World. Wir sind ja eigentlich in der humoristischen Schiene unterwegs, aber es ist ein ernstes Thema. Das Einkaufen wird zum Eishopping. Das heißt, man geht eigentlich ja nochmal gustieren, in Wahrheit. Das Lusterlebnis Einkaufen wird auf einen Gustie-Ausflug reduziert. Das müssen Sie einmal der zweiten Hälfte unseres Lebenspartners kundtun. Weil ich kenne das Prinzip, ich gehe einkaufen, sie geht shoppen. Das ist immer ein Problem. Ich bin gleich fertig und das Shoppen dauert ewig. Und daher ist der Vorteil, ich kaufe bei Amazon und sie geht dort ein Shopping, sagt, was ich in Amazon bestellen soll. Okay, das ist sozusagen die Zukunft des Kaufens humoristisch. Ja, und dann natürlich Vereinsamung ist vorprogrammiert, wenn man das Ganze hier betrachtet mit den virtuellen Themen, die sicher zunehmen werden, die schon sehr realistisch funktionieren, wenn man das einmal ausprobiert hat. Also, Big Data macht es möglich, sind wir jetzt beim Thema, der gläserne Mensch der Zukunft ist der glückliche Konsument. Also, das ist so ein typisches schöner Satz von mir. Und nach der Analyse des Einkaufsverhaltens weiß der Computer wahrscheinlich besser als ich, was ich brauche, was ich mir wünsche und auch, was ich mir leisten kann, weil er mit der Bank redet. Demzufolge weiß er genau, was er mir vorzuschlagen hat und was ich nicht träumen darf, sondern jetzt kaufen kann. Amazon macht es ja schon so, wenn sie dort einkaufen, da haben sie doch einmal was nachgeschaut, könnte nicht sein, das vielleicht und überhaupt und so. Und das ist immer so, man kauft immer mehr, als man eigentlich gewollt hat. Und Big Data macht es möglich dahinter. Also auch hier ist die Gesetzeslage nicht weit hinten nach. Und auch IoT macht was möglich, nämlich im Prinzip entartet mein Einkauf zu einer Konfiguration meiner Systeme, zur Erfüllung meiner Bedürfnisse. Dafür kriege ich einen Pulitzerpreis für den Satz. Der Eiskasten weiß genau, wie viel Milch ich pro Tag verbrauche oder wann ich wie viel und welche Biere mir wünsche. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Bier, das zufällig Petra heißt, dann weiß nur einer im Raum hier, welches Bier ich will. Nur der wird vermutlich nicht im Internet das anbieten. Petra, korsisches Bier. Danke. Ja, also das ist so die Geschichte und der sorgt dann proaktiv und automatisch und so weiter und so weiter. Problem dahinter ist, von diesen 20 Milliarden IoTs, oder sagen wir 13 Milliarden, weil die anderen vier Milliarden haben die Bevölkerung, die noch Handys hat. Also das ist noch die old-fashioned IoT, die neue IoTs an die automatischen Systeme. Wenn die natürlich unsecure Design sind, dann werden die Eiskästen aller Welt vereinigt euch einmal bösartiges tun und eine Erpressung aussprechen an ihre Hersteller. Wenn ich die und die Summe da in einer speziellen Zahlungsmethode beglichen wurde, Cybercoins oder so etwas, damit nichts passieren kann, wenn dann nicht sofort bezahlt wird oder in der nächsten Zeit die und die Summe, dann werden alle Eiskästen ab sofort eine Tonne Butter bestellen. Und da sind wir wiederum bei dem Prozess. Der Prozess Einkauf über Web ist ungefährlich unter Anführungszeichen für einen Softwarehersteller. Denn wenn der Produkte verschickt oder Download bereitstellt, geht die Bandbreite vielleicht in die Knie, wo es eine Selbstkorrektur ist, aber er hat nicht einen effektiven Sofortschaden. Wenn sie aber etwas liefern und das kommt zurück, haben sie einen Effektivschaden. Ganz zu schweigen von der Logistik und so weiter. Das heißt, von der Security her muss man schon unterscheiden, welchen Kaufvorgang mache ich und wie hoch muss die Sicherheit dort sein. Und da rede ich jetzt nicht von einem Sohn, der mit den Kontodaten seines Vaters irgendwo einen Ferrari ersteigert, wo es schon zu Kosten kommt, wenn auch im öffentlichen Verfahren das Ganze wieder zurückgenommen wird, aber bei kleineren Beträgen wird es dann schon nicht so einfach sein, sich der Öffentlichkeit und deren Unterstützung zu versichern. Ja, und damit kommen wir jetzt zur letzten Folie in der Richtung, was leider die Awareness allgemein zu den Themen betrifft. Sicherheit bedeutet Aufwand. Das ist heute so. Und wenn Sie eine Sicherheit machen, sichere Systeme verwenden wollen oder selbst auf Sicherheit sorgen wollen, müssen Sie es akzeptieren, verstehen und wollen, sonst umgehen Sie es. Das ist so die typische Geschichte, ich würde es passen, merken, ich schreibe es auf. Das Umgehen von Regeln ist ein Problem. Man muss den Mehrwert erkennen, was bringt es, wenn ich wirklich auf meinem PC aufpasse. Und nicht nur hoffen, dass mir nichts passiert. Und umgekehrt wieder lebt der Mensch monoton. Furchtbare Sache. Was Sie jetzt tun, wenn Sie es morgen auch noch so machen. Das heißt, je früher Sie mit Sicherheitsgedanken sich beschäftigen, umso leichter tun Sie es in Zukunft. Auch ein wichtiger Themenbereich. Also die Veränderungen sind unbeliebt. Man kauft eigentlich immer noch so ein, wie bei einem Kreisler Einkauf dort, nur habe ich jetzt über den Web. Macht sich keine Sicherheitsgedanken drüber. Und die Risiken werden natürlich auch verdrängt, mir wird schon nichts passieren, da gebe ich einen wunderschönen vollen Satz von mir, wenn man es so sieht, wie der Mensch in verschiedenen Risiken nicht dieses managen kann. Wo einer unter dem Auto liegt, ganz gefährlich und denkt nicht daran, dass das Ding runterfallen kann und so Dinge mehr. Also der Mensch kann nicht mit Risiken umgehen, der ist nicht dafür gebaut. Und in der Philosophie sagt man, der Mensch würde gar nicht existieren, könnte er damit umgehen. Denn wenn ich vor einem Löwen stehe, was mache ich? Na, Fersengeld. Aber wie auch noch? Jetzt, wie kann der Mensch überleben? Da habe ich 20 von dem hingestellt, von dem Löwen 20 und sind auf den losgegangen. Jeder hat gesagt, mir erwischt es nicht. Aber jeder von denen, ein oder zwei, erwischt der Löwe. Nur mir wird es nicht passiert, ich gehe auch hin auf den. Das heißt, das Prinzip ist, Risiko richtig einzuschätzen. Oder ein anderes Beispiel, wenn Firmen zum Beispiel sagen, wenn Spitzenmanager dürfen nicht gemeinsam in ein Flugzeug fliegen, wenn das könnte ausstürzen. Sag ich, bist du dumm? der darf nicht auf die Straße gehen. Weil Fliegen ist sicherer als Autofahren und auf die Straße gehen. Also das heißt, das Bewusstsein, wo die Risiken liegen, ist den Menschen nicht bewusst. Und das haben wir beim Webshop genauso wie bei allen diesen Dingen. Ja, aber das eine sind unabhängige Ereignisse, mehr oder weniger von einem anderen, das andere ist in einem Flugzeug sitzen. Also sozusagen hat das nicht für hundertprozentig vergleichbar. Ja, absolut. Das geht um die Riesigen und die Vorgabe, etwas zu tun, in der Aussage, es ist riskant. Die Abschätzung, was riskant ist, ist nicht im Kopf drin, im menschlichen. Das ist das. Aber da können wir gerne später diskutieren. Da muss ich dazu anmerken, das gab es bei einer Versicherungsgesellschaft, die deshalb zugrunde gegangen ist, weil es so war, dass die Manager alle in einem Flugzeug gesessen sind. Deshalb gibt es diese Regeln. Vermutlich, ja. Also wie gesagt, diese ganzen Themen kann man gerne noch nachher diskutieren. Da gibt es viele, viele Sachen, die noch dazu zu erwähnen wären. Aber wenn es sich Sicherheitsfragen haben, bis zur philosophischen Lösung hin stehe ich da mit Rat und Tat zur Verfügung. Danke. Applaus Applaus Vielen Dank.